Hi Babes, es war jetzt sehr lange, sehr ruhig. Das ist jetzt vorbei. Lockdown Hard 2.0. Scheiße, ich kann nicht trainieren. Wir reden jetzt drüber. Mein Name ist Mona Abinger, ich bin Studiorno und Instructor bei Pole Arts und auf diesem Kanal findest du Tutorials und Wissenswertes zum Thema Pole Dance. Wenn das ein Interessensgebiet ist, abonniere am besten gleich den Kanal. Wir sind gerade wieder mittendrin, die Studios haben geschlossen. Es gibt keine Möglichkeit in ein Studio zu fahren und zu trainieren. Du musst zu Hause für dich selbst, mit dir alleine trainieren. Jetzt hat nicht jeder eine Stange zu Hause, aber du könntest dir eine Stange bestellen. Oder beim Christkind einen Weihnachtswunsch deponieren. Polestar.at, den Link stelle ich dir gerne unten in die Kommentare rein. Dort kannst du zum Beispiel deine Stange bestellen. Daumen mal Pi, Industry Standard, sind 45 mm Kronen. Schau dir das Ganze dort an. Die Isar hat auch ganz, ganz tolle FAQs zum Thema Stangen. Lies dir das durch, schau es dir an und wenn es Fragen gibt, in jeder Zeit noch immer Fragen. Wenn du keine niegelnagelneue Stange kaufen möchtest, besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich nach dem gebrauchten Modell umzuschauen. Wilhaben.at zum Beispiel, hättest du die Möglichkeit, dort mal reinzuschauen. Und auch auf Facebook gibt es mittlerweile etliche Gruppen, die Pole Accessoires heißen und wie sie nicht alle heißen, wo die Leute ihre Sachen reinstellen und wo du dir gebraucht das eine oder andere kaufen kannst. Natürlich muss es keine Stange zu Hause sein. Es gibt auch zu Hause ohne Stange die Möglichkeit, für dein Pole Training dich fit zu halten und fit zu bleiben. Alle möglichen Studios bieten mittlerweile ganz, ganz tolles Online-Programm an. Live Classes und auch Videos on demand, die man besuchen kann, wo man mitmachen kann, wo man sich fit halten kann. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man geht jetzt über die Pole, dein Studios hinweg, hinaus. Personal Training zum Beispiel, du kannst dir mit deinem Online-Coach dein persönlich-privates Training zusammenstellen, auf deine Bedürfnisse angepasst, auf deinen Körper, wirklich 120% modelliert. Da gibt es zum Beispiel th-training.at, den Link stelle ich dir auch gerne unten in die Kommentare rein. Ganz, ganz tolles Training, ganz, ganz tolles Personal Training, ganz, ganz tolles Online-Coaching. Persönlich bin ich davon wirklich 120% überzeugt. Ich mache auch mein Training bei der Tessa und wenn du ein Training bei ihr buchst, lass dich gleich mal ganz lieb von mir grüßen. Und ganz, ganz tolle Sache. Das wäre auch eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, und so kann ich mich fit halten. Und letztendlich, was es noch zu sagen gibt, schau, dass du dich auch im Lockdown hast. Geh raus, geh spazieren. Das ist ja genau das, was da immer alle Leute sagen. Mach deine Schritte. Schau, dass du dir fixe Trainingszeiten machst. Genauso wie im Studio hast du an dem Tag um die Uhrzeit mit diesem Trainer, mit dieser Gruppe hast du dein Training. Schau, dass du es während dem Lockdown bei dir für dich zu Hause auch so einrichtest. Dann kann man den Schlendrian vielleicht ein bisschen umgehen und kommt da ein bisschen besser durch diese Trainingsphase. Sweetheart, in diesem Sinn. Auf unserem Kanal hast du ja bereits einige Tutorials, wo du dich durcharbeiten kannst. Wenn es Fragen zu irgendwas gibt, Fragen, Fragen und Anregungen gerne. Ich würde mir ein Video wünschen zu dem Thema Blablub. Ja, bin ich auch gerne bereit. Schauen wir uns gerne an. Schreib es einfach in die Kommentare unten rein. Ansonsten Zähne zusammenbeißen, Ohren anlegen. Los geht's. Homeworkout, Start, Bussi. Baba. Wir sind jetzt, wir sind jetzt, wir sind jetzt mit der, wir dran. und solche reginen. Vielen Dank.